Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Fortnite Creative. Heute zusammen mit DJ. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich das will. Eigentlich wüsste man nicht mehr. Ja, wenn man aus meiner Stücke vielleicht schon an, auch an, wie auch immer, dass ich mich genug getrunken habe. Ja, wir starten einfach mal. Ja, danke. Äh, ja, ist echt nichts besonderes, wenn wir normalen Creative. Wir machen halt nicht viel, ne? Wir spielen ein bisschen Creative gegeneinander und das war's. Lass uns auf die YouTube-Punkte. Den Sinn habe ich von Ihnen nicht ganz verstanden, aber es wird schon schiefgehen, ne? Okay. Nehmen wir bestimmte Waffen, also dass wir die gleichen haben. Nächste haben wir gut durchspielen, okay? So wie wir es haben, oder was? Ja, kann ich machen. Okay. Wo stehst du nur, wenn du da drüben stehst? Bereit? Mach mal Klötze. Heute ist Schluss. Mach besser. Guck mal, hier, hier sieht man unsere Namen wieder nicht, ne? Und tschüss. Ach, kommst du noch mal hoch? Hey, bist du? Ey, ich bin nicht so seitig, ne? Das ist ein YouTube-Video. Ja, ist trotzdem. Weißt du, weißt du nicht? Ich komme immer wieder hoch. Ja, okay. Ich nehme blaue Pump und ein Schungel, okay? Blaue Pump und was? Schungel. Blaue Schungel oder? Blaue Pump und blaue Schungel. Blaue Pump und blaue Pump und blaue Pump. Blaue Pump und blaue Pump. Ja, wo ist es überhaupt schungelig? Ja, hier? Ach, hier. Hier, hier. Was? Ja, ich hab's geblieben Ja, natürlich Ähm Warte kurz Ja Warte Ja 1 zu 0 Äh Soll ich das machen? Auf du Okay 3 2 1 Auf Warum hauen die denn immer so? Ich versteh ich immer nicht Ja, Rudi, du gehst immer mit der 3er hoch, ne? Hm Du gehst immer mit der 3er hoch Wobei, die sind immer die 3er, ne? Die ist einfach nur ganz normal an Ja Scheiße, ne? Ja 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 Ja, Bruder Jetzt können wir mal wieder runter Ja Bruder, warum hat er nicht gebaut? Okay 1-1 Äh, willst du was spiel? Bist du hin, oder? Ja, dann Lass es bis hier machen und dann ne andere Weg Und danach mal die Ruhe oder so Wenn du möchtest Ja, okay, dann wird das ein langes Fortnite-Video heute Also so 30-40 Minuten, ne? Absolut Erstmal gegeneinander gelaufen Hehehe Erstmal gegeneinander gelaufen Ich versteh noch nicht vor, wenn du das mitbaust So, mal gucken Ja 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 Ich merke die 3er, das ist meine ich nicht mehr Ja Und die Nighties nach rechts zusammen natürlich danach auch nicht Ja 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 Ein bisschen Ach Jetzt reicht's aber Ach, jetzt reicht's aber Okay Bist du Ähm Du bist aber schon nach oben, ne? Äh, äh, hier wird nicht abgemacht Es wird nicht noch mal ein Fahrrad Ach, ich bin so blöd Oh, wiii Ja, okay Ja, okay, wo Ich bin froh, dass du mich äh, äh, wieder den typischen Unfug hier anstellst Ich bin froh Doch die, naja, die saßen gerade irgendwie nur Jesus Okay, wo flavors Ich bin estranst dich mal那個 Sonnen riff Uhoh 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 Ja, ich bin gut Das war's Du bist so ungefallen Oh, du bist so gut Uhoh Uhoh Also ganz ehrlich Das war jetzt wirklich noch Karma So So, aber halt Ja Ich aber nicht Na Du hast doch was da gefunden Drei Zwei Los Drei Digger, zu Wie Du Hörst 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 Das hat sich ja nicht mehr ausgeweicht Blatter, blatter Ich bin nicht so übel aus Wir sind ja schon bei 10 Minuten Ein gutes Intro Das war... Ich weiß nicht, wo war eigentlich angemessen lang Ich glaube, du kannst doch holen Ja Nee, ich hätte nur deinen Zuschauer Das heißt, ich habe nur einen Ah, da muss ich jemanden Highground holen Ah, da muss ich jemanden Highground holen Ah, da muss ich jemanden Highground holen Okay, das ist nicht so gefährlich Da muss ich den Kampf doch noch benutzen Und nee, jetzt kann er sich natürlich hochheilen Das ist nicht so gefährlich Ach, holen Ich bin nur noch, dass das mich schon herrscht verringert Okay, du hast sowieso gewonnen Ich geh raus hier, hast gewonnen Nee, komm, ich schwör, es ist erstens zu Ende Halbe Sachen gibt es hier nicht Was ist das denn? Ja Okay Noch dieses Treffel Ich weiß nicht wo sie hat Ich fange nicht mehr zu machen Ich fange es immer wieder mit Ich fange nicht mehr an auch scheiße äh ne das ist auch scheiße ah wiii das schaffe nicht okay das war jetzt eine 1 also liegt es kein kürziger zusammen na gut kann ich noch einen Hedgehog machen was einen Hedgehog machen stimmt oh schade ich habe noch gewehrt ich habe noch gewehrt irgendwie hin wir sehen kurz was und dann ja können wir weitermachen so 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 jetzt mal trinken so war aber schwer ja lass mal ein bisschen jetzt mal ich meine, was gibt es nicht mehr aber mhm 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 das wird ein Buchstabler erstmal ähm warte mal warte mal guck mal okay ja dann mag ich auch noch was dann mag ich auch noch was ich mache jetzt mal mal was die du die die So, guck mal, wie ich jetzt scharfen kann. Ja, ich werde schon bereit. So, guck mal, wie ich jetzt scharfen kann. So, guck mal, wie ich jetzt scharfen kann. Okay. So, jetzt machen wir das für Leute, die heute treffen. Bitte keine Schülter. Was? Ich will ja keine Schülter. Echt? Was weiter für das Seerball? Was ist das? Es kommt jetzt Server-unabhängig. Naja, eins wird da kein Wichert. Aber dann ist eine kleine Ankündigung. Morgen am... Es ist morgen. Unsere Zündung. 23. Ja. Nee, der 24. Nee, der 20. glaub ich. 24. Dienstag, der 24. Der 23. Der 22. Hä? Freitag war der 20. Jetzt ist der 21. Heute ist der... Heute ist der... Heute ist der 22. Ja, es ist Dienstag. Heute ist der 23. Und... Heute ist der 23. Und... Überhaupt nicht. Aber hoffentlich mal mit... Ähm... Manchester City. Nicht einfach nur mit... Äh... mit Larik Larik. Wenn man... Spielen würde. Ähm... Mit einander, ähm... Wann? Beat ihn, Sir? Ja. Ist es wieder hier? Ja. Ist das... Das ist sehr klar. Mit einander, ha? Ja. Ist das... Das Video ist nicht so richtig persönlich. Ich bin... 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 Ich... 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 Ich rede heute sowas. Weil hier dieser... Die haben... Ähm... Ich... Ich.. Das ist ein Haus. Da, wo du die... Ich. Wo ist das? и erste versiegt fast weg. Na... Mit der Heavy probably. Ähm... mh... Ähm.... Der אם... Härter usted eben... infekar... Nee, ich nicht. Keine Ahnung, Gegner. Ja, was hier? Was ist das für Lex hier? Das ist ja unnormal. Im Moment. Okay, Digga. Schon da erst bei Leute. Slash of Life könnte haben wir auch aus von dem 27. Auf jeden Fall kommt am 27. noch ne neue Runde Spornheit vermutlich. Ja, ich hoffe schon mal zu weis gehen, Trainer. Weil ich nicht immer Zeit habe, aufzunehmen. Deswegen muss ich das ein bisschen einteilen. Und damit wäre dann die Frage von TJ auch völlig berechtigt gewesen. Und ich weiß nicht, die wenigsten von euch wissen, weil das wahrscheinlich die wenigsten von euch auch YouTuber sind. Man kann den Zeitpunkt festlegen, zu dem das nicht veröffentlicht werden soll. Erst bei 16 Uhr. Am 25. Monat. Oh Gott, meine Stimme. Ich bin entschuldigt, ich trinke ja schon, was das Zeug gilt, aber... Naja, es wird halt noch nicht besser. Ich hoffe, dass es keine Rückgucken in dem Video gibt. Ich hoffe für dich, dass es keine Rückgucken in dem Video gibt. Weil so laut wie das ist, das kommt natürlich aus meiner... aus meiner und links wieder raus. Oh, ah, jetzt kriegt der vor mich. Ja. Nee. Nee. Stimme. Ja. Ja. Ich denke, dass es wirklich zuhause war. Ja, du bist nicht zuhause. Ja... Das ist nicht ganz gut. Was? Das ist eigentlich so was mit der Beidegdürfen genauso, wie war es denn nicht mehr sein. Ich kann nicht mehr etwas zuhause. Ja, wir sind nicht im Sprachschritt. Oh, da sind wir 23. Ja, wow. Wir halten das schon, Minus. Wo bist denn du? Du bist denn da vorne. Wundert euch bitte nicht, dass der Account-Name ist, auf dem nicht mein... Sorry, ich hab schon das Video oder das Schwert. Äh, ja. Also der Name da, der von TJ wird nicht immer so dastehen, weil das Follower sich jetzt mal ein anderer Account ist. Ähm, ja. Ja, deswegen, das wird demnächst. Wischen wir noch nicht, was es wird. Ähm, entweder wird es mein zweiter Account. Ja, oder... Naja, aber wir haben uns mal erst... Das ist auch der Einges. Ja, oder? Ja, alles auf mich hab ich doch getroffen. Ja, das Video ist ziemlich lang. Das ist schön. Na ja, ihm würde es sein, dass ich zu schnell bin. Oder nein. Ja, ich mach mal was. 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 Okay, da hat einer auf uns geschossen. Das verlass'n. Ach, Mann. Noch nicht auf mich. Was denn? Ich hab noch mal ein G'schen. Ja. Ja. Ja, ich mach mal was. Wie sieht der aus? Das ist halt schwierig. Ah, unglaublich. Ja. Ja, naja, man kann ja... OGs gehen, ne? Ja, auch OGs sterben. Ja. Ja. Naja. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, da würde Furchtlis auch jede Runde gewinnen. Ja, ja, nicht hier. Ja, er ist wieder auch ein OG, doch. Ja. OG, ne? Ja. Ja. Mhm. Ich muss mir sexy Lambo annehmen. Oh nein, danke. Ich gehe lieber. Das kriegt mir das jetzt selber jetzt nicht. Äh, ja. Das war genau das Monster. Oh, jetzt bin ich super. Mein Stilf ist in der Währung und drei Wurke gleichzeitig. Ich? Das zweite ich. Und das zweite ich. Ne, halt. Das war zwar eigentlich eine Verschwendung, aber... Ich gehe einfach mal rein in den Vögel. Ja. Wieihihi. Warte, 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 was? Die Nummer schziem? Ja, die Nummer schziem. Ja, die Nummer schziem. Oh, oh, oh. Ja, in... Die, diese... Skid at 4 ist... In die, in die... Skid at 4 ist dabei. In der Ahnung, wie wir sind... In die vorgegangenen Rhym der Beelose. er müsste da sein ja schade ich hab nur noch was gebraucht ja als ob digger wieviel hat er denn noch ja ok ich glaub nicht dass wir das kümmern nein ich glaube ich habe ihn ganze dreimal und dann kriege ich nicht weiter als das ist das ist die kurze ich hab mir auch mal eine goldene waffe ich hab meine goldene waffe geclosed ich hab meine goldene waffe ich habe meine goldene waffe also meine goldene ähm Dings Ui Ranger? Mhm Ah das ist ja... Hey das ist eben nicht Ja mal Wo war's? Der kann nur von hinten Achso Ok ich bin kapit Mostrums Wo? Wo? Ehh Pura mostrums Puh Puh Pensa da 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 Ja Ja Ok Ah das ist Oh, ich bin mittlerweile fast 20 Punkte zurück Das ist ja eigentlich Spaß Wo ist der denn hinter denn? Dann bin ich jetzt gegangen Ja, ich deutsch gut Einbuchs, ne? Oh ja, jetzt geht's aber ab Ja, Jungs und Mädels Oh, ey Ich dachte schon, was ist denn? Ich dachte schon, was ist das? Ich dachte schon, was ist das? Von oben, ich hab hier eine Schraubeskind. Die sagt deine was? Sag ich dir. Du nennst sie mit der Beutung? Ja. Ja, das war ich überhaupt gut. Es ging halt sehr, aber wir haben schon abgefunden. Ich muss wohl aber eingetragen zu machen, oder? Ja. Du Scheiße. Als ob die grüne Ranger auf die Distanz nur 38 schaden waren. Also ganz ehrlich, das ist doch wohl schrecklich. Ah ja, das sieht gut aus. Ich hab hier. Ich hab hier. Ey, was? Mann, wir haben hier das gesehen, es hat gelaggt. Ach, wie? Das ist ganz klar, das hat gar deutlich gelaggt. Ich weiß nicht, ob wir das sehen. So. Ja, cool, das haben wir irgendwie direkt reisen. Vielleicht wird's können. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also wir könnten eigentlich ohnehin schon quitten, ne? Aber wir machen's nicht, weil wir hier haben. Weil wir nicht bei weit. 2 Minuten. Ja, das ist immer okay, das ist ja, f**k Das war's dann mit dem Video, nach einer halben Stunde, äh, könnte man noch kurz wahrscheinlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, holen wir mal rein, dann bis zum nächsten Mal, tschau. Bis zum nächsten Mal, tschau.